Kohlebrennen gibt am meisten Erfahrungspunkte, die wir vorher machen sollen. Ja. Statt dir so Käse. Ja du bist Käse, das stimmt. Davon baue ich jetzt paar Dinger. Oh was. Eloise Melter. Generatoren. Wollen wir nur Eisen und Steine. Und? Also definitiv war ich Redstone und Gold. Eins, zwei, drei. Sollte erstmal reichen. Nein. Nein, sollte nicht reichen. Nein. Doch. Ja. Kopplestone? Ne. Kopplestone? Ja. Geil, reicht noch nicht. Oh. Guck nicht da hin, ey. Kopplestone ist bei nur so einem Maschinen Ding. Oh, Kupfer fehlt. Da muss der Deck hier holen. Jetzt frage ich mich hier hin. Ich frage mich, habe ich da welche noch. Ja, habe ich noch. Frage, Frage Schokolade. Oh. Reste liegen in Nuggets rausnehmen. Plupp. Ich brauche vier dafür. Da, 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 da. Generator. Generation? Generator? Da brauche ich gar keinen Fehler, das ist schon mal nett. Ähm, ja. Alloy. Normalerweise, normalerweise, normalerweise. Eins, zwei, drei, vier. Hm? Hm? Gutenacht. Vier. Generator. Generator. Generator? Watt, 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 watt. Wadda, hadda, du, denn da? Wadda, hadda, du, denn da? Brauchen halt hier auch noch vier davon. Na, ich muss die Massenquiffen. Oh, keine Sticks mehr. Aber nicht geil. Sticks. Zwei. Vier. Sechs. Yay. 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 Erstmal wieder wundern, weil gar keinen Kobbelstand zu haben. Wow. Was? Kein Kabel mehr? Nein. Warum das? Hilfen. La, la, la. Ich muss Öfen herstellen. La, la, la. La, la, la. La, la, la. La, la. Vier davon. Passt. Das passt. Passt. Das ist ein... Und ist nicht im Knast. Knast. Ja, ich hab Langeweile. Ist klar. Kappa, 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 kappa. Zitat, Hörbank. Kann man keine Kreativ basteln? Oh, weil er die Fresspflanze einfach ist. Nam Nam Pflanze. Ruhn auf Summer. Ruhn auf Earth. Ruhn auf Air. Ja, Ruhn auf... Ruhn auf Poops. Ruhn auf Fire. Ich kann Ruhn auf Poops machen, definitiv. Null Problem-o. Hm... Ups in die NATO. Na, machen wir gleich eine Dann machen wir mal zwei kleine und dann eine große, ok Was machst du schon mit den komischen Geräuschen? Mach gar keine Geräusche, lüge doch nicht Nix, alles gut Alles wird gut, Centus, alles wird gut, glaub mir Was denn? Weiß ja noch nicht, bei dir vielleicht noch nicht, aber es wird alles gut Zicke Nee Zack Zwei, drei, vier Zwei, ich wollte doch vier haben, was fehlt denn jetzt wieder? Ach, noch mehr von den Dingern Stimmt, ja Wenn, dann müssen wir es ja ein bisschen übertreiben, finde ich Übertreibt es immer Fünf Nee Quatsch Whiston Seeds So Ceranium Seeds Jetzt wollen wir noch ein Double Coal Powder Du hast nicht die ganze normale Kohle genommen, ne? Äh, ich hab bei mir noch was gehabt Wo ist denn die ganze normale Kohle in hier raus? Ich hab doch nix genommen Ich hab doch normale Stacks auch Wo sind die hier? Die Bobs Ah Ich weiß, wo die Bobs sind Da Hängen die nicht noch ein Stück zu hoch, die... Welche? Sprinkler Nein, bei mir nein Optimal Optimal da Ich hab die noch ein Tick niedriger hängen Alles optimal Achso Alles von Genius beobachtet Ja, nee, ist klar Und was brauchst du denn? Ich guck mal Braucht gar nix Ich hatte doch ein Pulverweiser zu viel Wo ist der denn hingekommen? Da ist er Wenn man zu faul ist, sich selbst Quops zu bauen Macht man das automatisch Ne? Würde ich nie tun Nein Nein 27 Gott Oh, die Rezepte im Mann oder so, ne? Nehmt Buch Ja, auch kriegt ja da keinen Strom Bau 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 Das hier kriegt ja keinen Strom Das ist natürlich clever Boah, dieser Regen Hast du im Bett mit? Nö, ne? Nö Nö Hab ich nicht Auch nicht schlimm Nest Das ist die Das ist auch schlimm Teuer Boah Kriegt euch Bin ich nicht Habe ich dir ne sichere Da hier Kack 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 sichere stromquelle weil ich ja weil der eine pulverweise nicht funktioniert weil er nur über solar läuft aber ich habe ja noch eine andere sichere stromquelle und sich schlafen jetzt bin ich am pulverweiser los er geht gar nicht noch hier schon chill mal da ich bin am marsch der welt in wasserrädern nur jetzt ins bett kannst du auf einmal ja weil ich zurücklaufen bin super jetzt meckert er rum ich will ins bett ne los im stock im po ach du schädel dafür bräuchte ich brauche ein 24 das sollte passen war das noch ein kombinieren da unten eisen elektrisch füllt er wieder auf die brauchen alle noch ein bisschen mehr strom nur mehr strom strom ist immer was gutes machen 12 12 die beiden habe ich noch das habe ich auf jeden fall nicht also langsam wird sie ein bisschen unübersichtlich wieder in den kisten das war eigentlich schön sortiert mal bisschen zu ich meine energiepipes aber ich finde sie nicht ach so frage ich ob ich noch welche habe ich glaube nicht energiepipes da können wir gleich die fetteren bauen oder eigentlich schon was kosten die ganz dicken die kosten weibende leute habe ich glaube ich nur zwei von ok vergessen was vergessen was ich gesagt habe nee du weißt gar nicht was du gesagt hast das ist ganz gut so normalerweise reicht erst mal das zwei davon zwei davon sollte fang jetzt hinten an erstmal sichere stromkönne zu bauen soll da der volles kommt der mit wo ist eigentlich meine wentsch geblieben bestimmt hinten beim haus weißt du noch bei the next generation den turm den ich da angefangen habe zu bauen mhm mit den ganzen den lekturm den lekturm den lekturm den lekturm doch das war ein botanier turm das war aber ein lekturm ne ein lekturm da hat gar nichts geleckt doch das war dann wo wir ganz unten dann gegen gaia boss geholt haben naja gut der war ja sowieso assi ja war ein assi boss hat mir doch Spaß gebracht was hast du denn ja ich glaube zwei dreimal besiegt oder so ne ja nachdem du und Lenny irgendwie abgekackt seid oder ja weil die Rüstungen alle unterschiedlich waren glaube ich aber du hast das Lenny dich auch so irgendwie gekillt hat ja ja ich glaube Black war auch noch dabei immer ja ja die helft aber auch ja aber nicht lange war die denn nicht auch dabei mhm die aber bei dem boss fight waren sie alle mit bei ja du hattest Mana Rüstungen ich hatte glaube ich die andere overpowered End von Endaio hatten wir glaube ich fast alle an und das auch war ja ich hab meine Mana Rüstung gehabt die auch ordentlich ausgehalten hat naja konntest du die nicht so mit Mana füttern so dass die einfach nie kaputt ging Mana Pools oder sowas ja dafür waren die Mana Tablets ja da Pools hängen in Gott dafür waren die Mana Tablets da dafür waren die Mana Tablets da dann geht das ja immer so wenn du ein bisschen überpowerte Rüstung hast kannst du schon ich weiß gar nicht was ist hier für ähm ich glaub in der neuesten in der Version soll auch jetzt schon schwerer sein weiß ich nicht ich weiß gar nicht wie du ein ETA Portal baust ja mhm ja dann gibt's doch glaube ich Bücher oder so'n Scheiß ja dann gibt's doch glaube ich Bücher oder so'n Scheiß nehm ich Ersatz Kohle ne ich muss Ersatz Kohle mitnehmen ich verrasche die hässigenes Viecher 1 2 3 ach ich brauch noch 4 der Stick die wollen dich nicht verarschen die mögen dich einfach nicht 4 Stacks davon 1 2 3 4 Stacks 3 1 2 3 5 4 5